Wenn du dir die ganzen Mythen anguckst, egal welche, in welcher Kultur, sind immer diese leidvollen Geschichten ein ganz wesentlicher Bestandteil, weil man eben wusste, dass es einen ganz wesentlichen Faktor des Lebens ausmacht. Und Williges hat das früher auch immer gesagt, dass das Leid ein Mysterium ist und dass wir dem Leid auf dem spirituellen Weg anscheinend nicht entgehen können, weil es in irgendeiner Form eben zu dieser Vertiefung beiträgt und zu dieser Öffnung beiträgt, zu diesem Aufbrechen. Also Aufbrechen beinhaltet ja das Losgehen irgendwo hin und auf der anderen Seite dieses Aufbrechen, wo etwas, eine Schale, ein Panzer aufbricht. Dann sagte Rumi ja auch, das ist die Stelle, wo das Licht reinfallen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017